Oh mein Gott, hier kommt gleich eine ganze Herde angerannt. Wow, was? Nochmal 5, wir haben jetzt gerade 10 Scar bekommen. Herzlich willkommen Freunde und ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Und es ist soweit, die Season 4 Woche 2 hat begonnen. Wir haben neue Aufgaben, wieder zahlreiche Premium Aufgaben, tägliche Aufgaben sind heute auch wieder dabei. Wir bereiten sie 5 gebratene Truthähne zu. Und dann haben wir noch ein paar neue Events, beziehungsweise irgendein Event mit einem Rentier. Ich habe mal kurz reingeschaut und hier wollen wir das nicht reinpacken, sondern hier. Und das werden wir uns heute mal anschauen und zusätzlich gibt es dann heute noch die Neujahreskiste. Ist ein bisschen sinnlos, man kann diese Neujahreskiste 12 mal kaufen. Kann daher also zweimal die Schneekugel und zweimal den Kamin bekommen. Das Lustige dabei ist aber, dass man die beiden Gegenstände nur einmal aufstellen kann und sozusagen dann doppelt hat. Also das war nicht so ganz durchdacht. Aber ich denke, dass wir uns jetzt erstmal ein paar Waffen nehmen werden. Nehmen wir mal eine Glock mit und dann noch ein paar M16. Ich denke, dass das Event dann eigentlich schon aufploppen sollte. Wir schauen einfach mal, was jetzt passieren wird, ob das Event kommt oder ob wir noch irgendwas anderes dafür erledigen müssen. Aber ich bin schon der Meinung, dass normalerweise das Event aufploppen müsste, weil das Snow Valley kam ja auch zweimal täglich. Und wir schauen einfach mal. Es wird sicherlich irgendein Event kommen. Und dann werden wir uns das Ganze auch mal anschauen. Da ist auch schon ein Event. Einmal der Convoy. Dann haben wir hier zweimal irgendwie das Gleiche. Hier haben wir das Snow Valley, also das Schneetal. Und der verschneite Waldrand. So, also ich gehe mal davon aus, der verschneite Waldrand, das ist das, wo wir jetzt hin sollten. Und das schauen wir uns einfach mal an. Wir gehen gleich mal rein. Verschneiter Waldrand. Haben wir auch wieder Minustemperaturen. So. Okay, also hier zieht es schon mal wie Hechtsuppe. Haben wir noch ein paar Beeren, die können wir essen. Hey, du musst mir dabei helfen, mein Testobjekt zu finden. Lies meine Notiz im Rucksack. Lies meine Notiz im Rucksack, um die Einzelheiten zu erfahren. Ja, hier ist der Rucksack. Objekt Nummer 422. Gefleckter Hirsch. Infiziert. Dosis. 120 Milliliter. Aggressive Reaktion auf alles Lebendige. Besonders gefährlich für Menschen. Neigt zur Härtenbildung. Der Konsum von rohen Fleisch stellt geschädigtes Gewebe wieder her. Und steigert physische Werte. Experiment ist außer Kontrolle geraten. Objekt muss möglicherweise neutralisiert werden. Hier haben wir noch eine Kiste. Also das Objekt hier. Damit wurde rumexperimentiert. Wie du siehst, fällt sich das Objekt selbst zu Menschen aggressiv. Okay. Die Überreste sind frisch. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier liegen ein paar Knochen rum. Sieht aus wie Menschenknochen. Aber das ist jetzt gerade eine richtig interessante Story. Das muss ein Unterschlupf sein. Dieser Speziesempferner. Es ist viel zu schnell. Los, wir müssen dieses Monster finden. Oh mein Gott. Also hier ist es. Das Objekt Nummer 422. Okay. Mit 1000 Leben ist das nicht schlecht. Hier haben wir auch ein Camp. Okay, okay, okay. Vielleicht können wir ja den aktiven Skill benutzen. Mal gucken. Jawohl. Das passt. Okay, jetzt fängt es an zu schreien. Und was macht es jetzt? Okay, es heilt sich. Oh. Oh mein Gott. Hier kommt gleich eine ganze Herde angerannt. Okay, das haben wir geschafft. Der Schaden ist auszuhalten. Aber dennoch ist es schon krass. Mal schnell die M16. Okay, okay, okay. So. Das ist erledigt. Es ist schade, dass wir das Objekt neutralisieren mussten. Danke für die Hilfe. Deine Belohnung ist in der Truhe. Perfekt. Hier ist noch ein Grill. Da schauen wir auch mal rein. Was uns dieser Grill jetzt hier bringt. Ein bisschen Fleisch. Na ja. Kann man mal mitnehmen. Hier die Knochenreste. Also ich finde, das war eine gute Idee jetzt hier mit dem Testobjekt. Da steckt ein bisschen Story dahinter. Da bin ich allgemein auch wieder für zu haben. Finde ich gut. Auch das mit den Blutspuren hier. Finde ich echt gut gemacht. Und dann werden wir einfach mal den Loot auschecken in der Kiste. Ob sich der von diesem Snow Valley Event abschneidet. Ja, wir haben eine Holzfigur und 600 Ornamente. Finde ich gut. Ornamente braucht man immer. Und gerade weil die Chance so gering ist, was das Upgraden betrifft. Ähm, ist das natürlich auch gut. So. Okay. Das war's also schon mit dem Event. Das Ganze wird uns jetzt in der zweiten Woche täglich bestimmt auch zweimal begleiten. Genau. Und dann gucken wir uns einfach mal noch das Paket jetzt an. Und zwar haben wir einmal das Neujahrespaket. Das Ganze werde ich mir nur sechsmal kaufen. Aus dem einfachen Grund. Kevlar-Rüstung habe ich in meiner Inbox schon. Benutze ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil die mir zu schade ist. Im Season Pass bekommt man auch nochmal eine Kevlar-Rüstung. Deswegen, äh, so unbedingt brauche ich die Kevlar-Rüstung nicht. Deswegen werde ich es mir nur sechsmal holen. Ähm, würde ich mal sagen. Zahlung erfolgreich. Der Kauf wurde beendet. Bitte schauen Sie im Posteingang nach. So, hier ist einmal sechsmal Neujahrespakete. Die bleiben auch nur für neun Tage und ein paar Stunden. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an. Eine Kevlar-Hose. Ein Kamin. Wunderbar. Fünfmal eine Scar. Richtig, richtig cool, dass in sechs Paketen die fünf Scar mit drin waren. Einmal ein C4. Nochmal ein C4. So, Kevlar-Helm. Wow. Was? Nochmal fünf. Wir haben jetzt gerade zehn Scar bekommen. Alter. Puh. Nicht schlecht. Also echt geil. Zehnmal Scar für sechs Pakete. Zwei C4. Hammer. Finde ich richtig, richtig geil. Also echt geil. Das hat sich gelohnt jetzt. Sechs Pakete. Das habe ich noch nie gehabt. Dass da so viel geiler Stuff dabei ist. Richtig, richtig geil. Das passt ja zum neuen Jahr. Da würde ich mal sagen... Ach, wir wurden geplündert. Auch mal wieder nach sehr langer Zeit. Da würde ich mal sagen, wir schauen uns das mal an. Wie das Ganze aussieht. Ich bin gerade richtig gehypt. Zehnmal eine Scar. Zehn Stück. Boah. Okay, der Einbrecher hat hier die Regenfänger zerschlagen. Da gab es, glaube ich, nicht so viel zu holen. Aber echt geil. Wow. Finde ich richtig gut. Dann müssen wir nochmal noch eine passende Stelle finden. Ich habe ja meine Dekorationen hier außen. Aber wenn man sich ein Wohnzimmer oder sowas baut, würde das schon irgendwie gut passen. Also hier haben wir erstmal die Schneekugel. Ist schön gemacht. Klein, aber fein. Wir haben einen Pickup-Truck drin mit einem Geschenk hinten drauf. Ja, kann man sich holen, wenn man Dekoration sammelt. Wie ihr wisst, sammle ich Dekoration. Deswegen wollte ich dieses Angebot mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Und ich würde mal sagen, wir hauen hier mal den Kamin hin. Vielleicht hier. Ah, perfekt. Guckt euch den an. Und man kann den sogar anzünden. Wie geil ist das denn? Was? Man kann ein Holz in Holz... Geil. Alter, geil. Also das habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja mal richtig geiler Scheiß. Ey, richtig geil. Also dafür hat das Geld auf jeden Fall sich gelohnt. Vor allem die 10 Scar noch obendrauf. 10 Scar für den Preis. Das kriegt man nie wieder. Ey, das ist richtig geil. Guckt euch das Teil mal an. Also das Angebot, das war schon gut, dass ich es mir geholt habe. Echt Hammer. Also was das Angebot angeht, ich kann es weiterempfehlen für Leute, die sich halt Dekoration gerne mal gönnen. Auf jeden Fall. Guckt euch das an, wie das aussieht. Hammer. Vor allem auch der Rauch hier oben steigt mit aus. Also das ist wirklich richtig geil. Finde ich richtig, richtig gut. So, hier haben wir noch einmal Gummi. Ähm, da produzieren wir gleich mal noch ein, einmal, nochmal so ein Gummifetzen. Denn ich brauche nur noch wenig Teile für mein ATV. Da wird es höchstwahrscheinlich einen Livestream dazu geben. Zu dem ATV und der Sumpflocation und allem drum und dran. Aber wir müssen erst mal schauen, wie viel jetzt noch fehlt. Also mir fehlen jetzt noch sieben Gummi, sechs Batterien und ein Luftfilter. Die zehn ATV-Getriebe, die habe ich in der Base. Die werden dann in diesem Livestream mit in den ATV eingesetzt. Und genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, auf jeden Fall kann ich das Paket weiterempfehlen. Das mit den zehn Scars natürlich keine Garantie. Aber echt geil, dass es so gekommen ist. Und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle viel Erfolg in der zweiten Woche. Und auf jeden Fall auch viel Glück für die, die sich das Paket holen. Dass ihr auch ein bisschen was Gutes bekommt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020